UNTERTITELUNG Es handelt sich um eine Mission der SS. Höchste Geheimhaltungsstufe. Für den Moment müssen Sie nur wissen, dass Sie die Fracht am vereinbarten Ort abzuliefern haben. Das Leben geht weiter. Nicht für alle. Die Leute haben Angst. Sie tun so, als würden Sie das, was vor Ihrer Nase passiert, nicht sehen. Inspektor Dival meinte, Sie hatten Informationen. Juden, eine Deutsche kümmert sich um Sie. Wer? Du musst weg von diesem Forst. Der wird Sie früher oder später an dir rächen. Manchmal sind die Dinge so, wie sie sind. Wenn wir das kleine Spielzeug da drüben dem Armee geben würden, mit den Codebüchern, dann wäre dieser Krieg vielleicht schneller zu Ende. Wir müssen ihn stoppen, bevor er amerikanische Gewässer erfrecht. Wenn ich eins über den Krieg weiß, er zeigt einem Mann, wer er wirklich ist. Pädagogik. Der hat sich so lange nicht mit der Marsch, Der wird es und zwar einfach, aber dann ist er. Verschle cakeen, das ist ein paar Schleifen. Untertitelung des ZDF, 2020